Servus Büros und Willkommen zu einem neuen Prospekt Video auf meinem Kanal Heute haben wir mal das Askiana Silvester Prospekt 2019 20 und ja würde ich sagen fangen wir mal an Da haben wir ganz oben das Family Pack für 5,99€ Ist auf jeden Fall ein ganz gutes Sortiment für den Preis, auf jeden Fall empfällbar Dann haben wir da unten ein richtig geiles Raketensit und zwar das Blackjack Das ist ein mega geiles Set und hier einfach mal für 20€ Das ist auch ein richtig guter Preis für das Set, also auf jeden Fall kann ich sagen Die erste Seite mega gut, kann ich jetzt nichts gegen sagen Also es sind wirklich teilweise auch Premium Artikel dabei, wieder oben so ein Vulkan und so Aber sonst ist das echt ein richtig richtig gutes Set Und dann sehen wir uns jetzt mal wieder auf der nächsten Seite Auf der nächsten Seite angekommen sehen wir auf jeden Fall richtig geile Artikel Und da haben wir die Rockets Zweig für 5,99€ Mega geile Raketen, auch zu richtig guten Preis, also mir gefällt das Prospekt bis jetzt richtig gut Dann haben wir hier Torpedo für 8€, ja würde ich persönlich jetzt nicht mitnehmen Ich glaube 180 Schuss oder so und dann haben wir noch Hamsterkauf, ein sehr sehr gutes Sortiment mit Raketen, Böller, Vögeln, ja Fontänen Für 14,99€ kann man sich das auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen Einfach falls eine geile und eine bunte Mischung dran hat und ja, nächste Seite So, auf der nächsten Seite sehen wir mal richtige Premium Artikel Und zwar haben wir da ganz oben die Reno für 4,99€, richtig geile Batterie Kaufempfehlung Dann haben wir da die Creepy für 8,99€, auch eine ganz geile Batterie Die kann man sich auch mitnehmen Alter Jungs, dieses Aspekt ist ja immer mega heftig Dann haben wir hier die cool Message für 29,99€ Ist eine geile Batterie, vielleicht ein bisschen zu teuer Ja, würde ich jetzt glaube persönlich nicht mehr Und dann haben wir da unten noch Manhattan für 89,99€ Ein heftiger Verbund Wer das Budget hat und das gerne ausgeben möchte Für den Verbund, da empfehle ich euch den auf jeden Fall So, auf der nächsten Seite sehen wir da auch wieder teilweise richtig geile Artikel Und zwar haben wir da einfach so ein Bombenrohr, heißt das Ähm, ich muss mal kurz, also ich glaube, das ist einfach nur ein komisches Licht Ähm, ja, für 3,99€, naja Ähm, ja Dann haben wir da unten die, äh, Bier Romana Für 3,99€, eine geile Fontäne, Kaufempfehlung Und dann haben wir da noch Bombenstimmung für 96€ Ähm, ja, die Bombenrohr sind echt geil, aber für 6,99€ Ähm, naja Würde ich, glaube nicht nehmen Da würde ich lieber zu den Flashpings greifen Ähm, die sind deutlich billiger So, auf der nächsten Seite sehen wir da ein bisschen Klasse 1, ähm Kann man wahrscheinlich jetzt schon kaufen, weiß ich nicht genau Kann aber auch sein, dass es erst zu Silvester ist Ähm, da sehen wir uns um Wax gießen Ja, ist kompletter Schrott, muss ich wirklich so sagen Bleigießen, das hat sogar noch, also Bleigießen hat funktioniert Wax gießen ist wirklich, pfff, traurig Ähm, dann haben wir da die, ähm, Begalfeuer von Nico Richtig, richtig geil Ähm, 3€ ist ein guter Preis Für so ein Ding Ähm, kann man sich mitnehmen Und dann haben wir noch da unten die Zack Zack Actionbox, ähm, für 60 Cent je Schachtel Da sind wahrscheinlich Speeys und so drin Dann vielleicht ein paar Brummer und so Vögel vielleicht Ähm, ja Für 60 Cent ist das eigentlich auch richtig gut Dafür zahlt man im Teddy vielleicht teilweise sogar schon 1 Euro So, ja Dann würde ich sagen, nächste Seite Auf der nächsten Seite sehen wir auch der richtig geile Artikel Und zwar haben wir da Funky Monkey Sieht ganz lustig aus Ähm, coole Fontäne 3,590, kann man sich die mitnehmen Ähm, dann haben wir da einen Raketensit Und zwar Stardust für 9,99 Ähm, wie viele Raketen sind da drin? Ich glaube, 15 oder 16 Raketen Ähm, für 9,99 Wirklich absolute Kaufempfehlung dieses Set Mega gut Dann haben wir da, ähm, noch 5 Konzert auf der Seite Für 7,99 Ähm, ja, der übliche Sage ich mal Kostet überall 7,99 Glaube ich Ähm, hast halt 300 Schuss Ja, Pfeifer steht Und wer die Nachbarn Aus dem Bett hören will Oder einfach mal die Nachbarn auf den Nerven gehen will Der muss ich das auf jeden Fall mitnehmen So, dann haben wir hier eine mega geile Seite Leute, oh mein Gott Ähm, da mal da oben Lady Quaker für 3,99 700 Stück Mh, finde ich ein bisschen zu teuer Hätte man auf 2,99 machen müssen Naja, sind aber auch geil Dann haben wir, äh, Meteorschlag Für 2,99 Äh, ja, sind wahrscheinlich Irgend so eine Böller Zum Testen mal mitnehmen Und jetzt der Leute Rot-Hack-Hausar, Jungs Rot-Hack-Hausar Die haben einfach Fire-Event Für 6,99 Richtig guter Preis 20 mega geile Böller Da habt ihr eine der besten Böller aus Deutschland Ähm, boah Jungs Dann daneben haben wir auch noch The King Ähm, 5 Stück für 8,88 Kann man sich auch auf jeden Fall mitnehmen Die sind immer noch gut, Leute Ähm, früher waren es mit die besten von Deutschland Die 2015er Charge 2016er vielleicht auch noch Aber Die sind auch noch Wirklich Sehr gut im Durchschnitt Dann haben wir dafür 9,99 Ähm, Big Challenge Ähm Die Ist auf jeden Fall ganz geil Habe ich auch schon Produkt-Video gesehen Äh, kann man sich auf jeden Fall mitnehmen Das ist wirklich eine fette Batze Und dann haben wir noch die Feuertonne Schöne Fontäne Für 3,99 So, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Seite Von einem mega geilen Sylvester-Suspekt Mit einer der besten bis jetzt Ähm Da haben wir Ladies Night für 16,99 Richtig geile Batterie Ich glaube, die fächert sogar Ähm Dann haben wir noch für 24,99 Toll House Äh Ist ein Verbund Der Auch abgeht Für 24,99 Toppreis Und da unten für 39,99 Eine geile Batterie Aber auch Zu teuer Würde ich sagen Also ich würde sie nicht mitnehmen Und Dieses Sortiment Jungs Es ist wirklich fast nichts auszusetzen Vielleicht zwei, drei Produkte Die mal ein bisschen zu teuer sind Sonst sind die Preise Echt richtig, richtig gut Es lohnt sich auf jeden Fall Dahin zu gehen Das sage ich euch Ähm Schaut auf jeden Fall mal vorbei Wenn ihr einen bei euch habt Und ja Dann war das jetzt auch schon das Prospekt Ich hoffe euch hat es gefallen Lasst mir ein Like und ein Abo da Bis zum nächsten Mal Und Ciao